Also sie sind von den Philippinen und sie haben gesagt, sie können ein bisschen Chinesisch. I can speak Chinese, but I think Chinese will angry to me if I sing... So rassistisch! Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem Video seit Ewigkeiten. Ich habe eine lange Sommerpause gehabt und bin jetzt aber wieder jeden Montag am sexy für euch da. Und wir legen gerade mal los mit einem Video aus meiner Heimatstadt Basel. Viel Spass! Vielen Dank, dass ihr euch kurz Zeit nehmt für das. Was beschäftigt euch denn mal... Ich habe gerade einen alten Bekannten gefunden. Im allerersten Video, das ich je gefilmt habe. Es ist mittlerweile nicht mal mehr auf YouTube online. Da habe ich ihn schon interviewt. Du hast auch noch einen kleinen Knopf gesehen. Nein, das gefällt mir nicht. Wieso? Weil er zu viele Taktiken hat, die nicht gut sind. Was meinst du genau? Zu defensiv, offensiv? Ja, defensiv und offensiv beides. Wir hatten ja schon mal eine Freundin. Ja. Bist du noch zusammen mit ihr? Ja. Wie lange bist du zusammen mit ihr? Heute ist ein Monat. Wir haben vielleicht auch viele junge Zuschauer, die noch nie einen Freund oder eine Freundin gehabt haben. Wie sind ihr zusammengekommen? Die wollen das natürlich hören. Also durch Kollegen. So. Ja. Ihr seid verkuppelt worden? Ja, so. Wir kamen raus und saufen und so. Dann haben wir uns gerne gelernt. Das ist Haraham. Das war's wieder gewesen. Nein, ich schwör. Ich bin mit ihr rausgegangen. Sie ist zu mir gegangen. Und sie hat einen Freund gegeben. Und dann haben sie eine Zeit mit ihm Schluss gemacht. Und dann sind wir zusammengekommen. Bitte nennen wir drei Schweizer Gewässer. Chi? Äh. Da in Zürich. Wie heisst denn das? Oh Gott. Äh. Rui. Die Aare. See. Was gibt 16 minus 11? Vier. Nein, fünf. Gehst du auch an die Friday for Future Demos? Ja. Wann bist du denn das letzte Mal geflogen? Geflogen? Also erst gerade. Also eigentlich fliegen wir nur nach Brasilien. Business Class oder First? First. Also First. Ja. Wann bist du das letzte Mal geflogen? Äh. Auch in den Sommerferien. Malorca. Das ist ja sowas von umweltfreundlich. Ja. Auch Business? Ja sicher. Freust du dich auf die nächste Business Class? Oh. Sie ist schön am flexen in meinen Videos. Was ist denn jetzt los? Nimm ab. Ja sicher. Äh. Robo Staff. Easy easy. See ya. Aye aye. Bye. Nel Ticino. Que cosa pensate die neue Schweizeri tedeschi? Äh. Ähm. Sympath. Tici. Si. Mhm. Auf welchen Kontinente könnten wir von hier zu Fuss laufen? Ähm. Äh. Warte. Ich muss überlegen. Ich bin nicht so gut in der Schule. Also Mepp und so. Ich weiss nicht. Äh. Deutschland? Äh. Gehört Asien dazu? Asien? Nein. Afrika? Aber da kommen wir ja nicht anlaufen. Doch. Du kommst im Mittelmeer entlang und dann bist du bei Afrika. In Italien ist so ein kleines Ding. Es hat ja von Italien bis nach Afrika so Fluss. Wie viele Leute haben Platz in einem Fiat Uno? Einen. Einen. Eine Person. Eine Person, wie der Fiat Uno heisst. Und in einem Cinquecento. Genau. What do you think about Switzerland? Very expensive. Dein Lieblingsland? Mein Heimatland. Kosovo. Kosovo. Hast du gewusst, dass ich zwei Vlogs aus dem Kosovo auf meinem YouTube-Kanal habe? Ja, ich habe es gesehen. Was sagst du zur Schweiz? Ist auch schön. Ich bin hier geboren. Ich lebe da. Also die Schweiz, ich finde, die Schweiz ist auch schön. Wenn du so überlegst, die Schweiz hat alles, was du brauchst. Aber auch wiederum keine komische Leute. Welches Land produziert das beste Mango? Mango Philippines! Willst du einen Witz über Natrium-Brum-Oxid hören? Nein, Bro. Pensate, dass wir von Basilea in El Ticino kommen sollten, um die vacanze zu gehen? Nein. Warum? Weil wir nichts mehr sehen. Nein, wir nichts mehr machen. Danke vielmals für eure Zeit. In vier Jahren wieder, oder? In vier Jahren wieder, wenn ich lebe. Dann habe ich scheiss, dass es mich abschlägt. Nein. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über den Daumen nach oben freuen. Und schaut doch auch in der Videobeschreibung noch auf die Links. Dort sind noch interessante andere Videos und auch noch interessante andere Kanäle von mir. Und bis zum nächsten Mal. Mantik am Sexy. Tschüss!